Bayerwald, da macht der Bayerwaldes. Scheiße, ich hab gedacht, ich komm mit ihm aus. Jetzt werde ich mal los. Also, auch nicht soweit? Ja. Gut. Drei, zwei, eins. Jetzt hast du dich grad gemutet. Du hast dich grad gemutet, Bayerwald. Ja, ist schön, passt, oder? Fail. Jetzt kannst du auch Hallo sagen, das lass ich auf jeden Fall drin. Hallo. Willkommen zurück zu Don't Starve. Mit Julia, Trinh, Mina, Eifir, ich, Nazdick und Andrena. Hallo. Der Bayer wird langsam alt, der drückt schon die verkehrten Knöpfe. Kann ich mir so gut sehen, da passiert das. Du schaffst das doch mit dem runterzählen, dass wir dann allgemein starten können. Meinst du, wir kriegen das so hin? Drei, zwei, eins mute? Das passt doch, oder? Ja, ich meine, im Titelbildschirm wollte ich nicht die ganze Zeit hier haben. Ja, das start doch mal. Ach ja, neuer Server, by the way, nur so. Ja, ja, ja. Also, go. Du bist einfach nicht geschissen. Drei, zwei, eins, go. Ich bin drin. Ich bin drin. Ich hab Angst. Ich bin drin. Oh, das sind Hasenlöcher. Das ist die Chester. Das ist perfekt. Das ist perfekt. Guck mal. Und Leute, wir haben Hasenlöcher. Wir sind gerettet. Gott sei Dank. Wir sind gerettet. Ah, nice. Oh, ich kann Fallen bauen. Und ich bin dran. Wir haben Flint gefunden. So ist Flint. Tatsächlich. Ach, ist das ein geiler Server. Dann ist der Paradies. Wir haben das Paradies entdeckt, Leute. Server, 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 Server. Oh, es wird schon dunkel. Scheiße. Bitte los. Also, wer jetzt eine Spitzhacke bauen kann, sollte hier direkt mal die Dinger abbauen. Wir haben, ich hab eine Spitzhacke. Ich baue nicht die Hacks. Wo die oder? Ich bin wo die, ja. Ja, dann. Let's go. Was ich, ich glaube hier gerade Steine. Schön, ich hab nämlich nur einen Flint gefunden und hier stürzen sich ja alle wie die Kanickel auf den Flint. Oder oben ist er nach. Da oben ist er. Es gehört mir. Es gehört mir. Hier sind Steine drin. Ich baue mal den Stein ab. Ich baue mal Kämpfeuer. Ja, boah mal Kämpfeuer. Ja, boah mal Kämpfeuer. Wollte sie mal was. Wollte sie direkt in Standing, also ein richtig dickes Feuer machen? Oh, die Steine. Ich baue die Steine ab. Ich baue die Steine ab. Der baut die Steine ab. Der baut die Steine ab. Der baut die Steine ab. Der kleines Mädchen hat große Steine. Das Ding hier ist auch richtig geil. Hier können wir eine richtig geile Base anbauen mit den mega vielen Hasenlöchern. Ich liebe es. Tonnenweise Hasenlöcher, krass. So, ich hab mal hier ein echtes Feuer gebaut. Wusstet ihr eigentlich, wenn man zu viele Hasen kann, kaputt macht, dann kommt der Krampus. Das könnte sehr witzig werden, ja. Ja, das hört sich gut an. Ich frage es, ob der jetzt überhaupt noch kommt. Ja, der war ja gestern. Ja, gestern. Ich hab gestern das erste Mal seit Jahren mal wieder Nikolaus geschenkt bekommen. Ohhhh. Ich nicht. Habt ihr auch alle einen Adventskalender? Ja. Nein. Nein. Ich hab gar keinen. Hast du mir diesen Online-Adventskalender? Nein. Nein. Online auch nicht. Der Adventskalender ist mir nie zu eigen. Dann sagt der MG mal, dass er ziemlich versagt hat. Aber meine MG bezahlt doch schon die Miete und das Essen und alles. Das kann der auch ruhig mal tun. Ja. Kann man mal machen, ne? Ich hab Gold gefunden. Wo ist das denn, Bayerwald? Hallo. Tag, Jan. Hau mal die Steine, hau mal die Steine. Au. Aber der Typ passt eigentlich optisch wunderbar zu mir. Ja. Das hab ich doch schon am Anfang gefühlt. Kleiner Mann mit großem Bart. Ja, wie wenn man einen Kaktus abbaut. Gleich nochmal. La 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 la. Miene, Miene. Aua, das piekst. Das muss ich nochmal. Aua, das piekst. Aua, das piekst. Oh, meine Axt ist kaputt. Das ist wie meine Katze so. Oh, das hat sich bewegt. Das hat sich bewegt. Tipp drauf. Siehste, das hat sich bewegt. Alter, sind hier viele Tumbleweeds. Das ist ja schlimm. Nein, Miene. Der macht nächstes mal selber ans Hörer so. Da, ich stehe am Feuer. Wo ist das Feuer? Wo ist das Feuer? Da ist das Feuer. Alter, guck dir mal diesen... Ey, du hast ein Bär an dem Gesicht. Du hast ein Bär an dem Gesicht, du bist ein... Ich bin ein Bär. Bär. Hat doch jemand Holz? Nein. Ja. Ja. Ich hab ein bisschen Angst. Ich hab neun Holz. Ich hau die dann gerne dazu, wenn ich wieder zurückkomme. Was? Da haben wir es voll angehauen. Bei der Wendy ist das nicht egal, wenn es dunkel ist. Na, da stand da, dass es so dunkel ist. Guck mal, ich hab Designsmaschine gebaut. Das ist gut. Ja, das geht. Vielleicht ist das so schnell schon. Ja, ich hab ja Gold gefunden. Ein Hammer. Wir schauen, und Blut füllst du. Haben wir schon Traps bauen? Ich baume Traps. Oh, jetzt hab ich dir, glaub ich, was gegeben von mir. Oh, das ist nicht gut. Was? Das Feuer macht, ähm, macht dich blöd. Welches? Das blaue? Das ist endothermic. Oh Gott. Warum machst du das? Ja, ich dachte, ich probier das mal aus, weil das so ein Highlight gewesen sei. Mach's kaputt. Wie kann ich's denn kaputt machen? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Vielleicht mit dem Hammer. Vielleicht gehen wir einfach nicht so nah ran. Vielleicht geht's auch irgendwann aus. Lalalalalalalalalala. Immer Holz fällen. Tu das. Ich auch. Hier ist übrigens ein Hammer in der Kiste. Wem auch immer der gehört. Die Kisten waren ja von vornherein da. Ach wie geil, hier ist Gold und Holz voll viel drin. Also ich glaube, wir sind gut unterwegs. Ja. Ich hab das Gefühl. Und viel geordneter, ne? Ja. So, ich fang jetzt auch mal an, mal an, hier Bäume zu fällen. Das ist ja voll geil. Das ist ein Biber. Das ist ein Biber. Das ist ein Biber. Das, äh, du kannst jetzt ganz viel Holz hacken. Renn in den Wald. In den Wald. Und die stört übrigens Dunkelheit nicht. Ach so. Du kannst es auch über Nacht machen. Aber du musst unbedingt was schnell was essen. Werden wir seine Axt verloren? Ich glaub, du musst zwischendurch auch Holz fressen. Das ist ja voll geil. Ich sammle das Holz auf. Du musst es zwischendurch auch fressen. Du musst es zwischendurch auch fressen. Wie geil. Ich kann kein Holz fressen. Ich kann kein Holz fressen. Doch, warte mal, lass doch was mal liegen. Ich mach ein bisschen was zu essen. Das sieht so geil aus. Der Beyerbiber. Der Beyerbiber. Der Beyerbiber. Der Beyerbiber. Der Beyerbiber. Geil. Ich muss mal Holz essen. Boah, ich lieb die Figur. Mach nie wieder was anders. Der ist geil. Wie bist du da jetzt so gut geworden? Hätte. Ich hab's nicht so gut genommen. Den, äh. Oh, als wär ich wieder normal. Oh. Du hast manchmal verwandelst du dich zum Beyerbiber. Ja, und verlierst dann die Axt. Ich glaub, wenn du zu viel Holz hachst, dann wirst du zum Beyerbiber. Du kannst auch mit deiner Axt sprechen. Also, ihr habt eine kleine Liebesaffäre. Oh. Dann legt er übrigens die Axt. Ja, 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 ja. Oh, das ist ja cool, der Beyerbiber. Das ist ja geil. Ah, ich mach jetzt mal nen Rucksack. Den müssen wir, glaub ich, erst erforschen, gell? Ja. Und, äh, Survival bei der Science Machine. Äh, Scharpa, Oma, wo haben wir was zu essen? Äh, warte mal mit Haus. Noch keine Karnickel gesehen aus den Hasenlöchern, ihr? Nö. Macht mir ein bisschen Angst. Nee, du musst die Fallen erst hinstellen. Warte mal. Ja, da stehen ja schon welche. Was, was brauchen wir für ein, äh, Science Machine? Sonst rennen die da immer rum. Äh, wo finde ich die Angel, wo finde ich die Angel? Äh, ich glaub auch bei Survival. Ja. Müsst das an. Leute können ja schon mal früh abgeben, wie viele Folgen sie uns geben, bis wir wieder von vorne anfangen. Ja, genau, dürft ihr schon mal raten. Oh, wir haben den Regen runtergestellt und was passiert ist. Es regnet. Can't carry animals. Was hab ich denn da gefunden? Ein Blueprint. Gubbel, Gubbel. Gubbel, Gubbel. Gubbel, Gubbel. Gubbel, Gubbel. Gubbel, Gubbel. Gubbel, Gubbel. Ich hab ein zweites Feuer. Was brauchen wir für den blöden Topf? Gubbel. Ich hab' ihr Luft gratis gegen am Heidelmann. Da geh mal zur Seite! Nein. Kein Meter nicht. Lass mich durch. Ich kann zwar nichts anderes machen. Ja, das ist unterhalb von diesen Schwertern. Ich hake gerade Steine. Komm rein. Mach's einfach mal. Ich hab Hunger. Ich hab Hunger. Wann hast du mal keinen Hunger? Immer. Also ich hab immer Hunger. Dann kriegt man nur Stöcke. Wenn man die abhaut. Ja, Holz hab ich auch bekommen. Oh, ich nicht. Loh, 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 Loh. Loh, Loh, Loh. Loh, Loh, Loh. Loh, Loh, Loh. Loh, 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 Loh. Ich komm gleich mit Steinen vorbei. Wie viele eckige Steine brauchst du? Drei, glaub ich. Ich brauch mal zwei Kochtöpfe. Das müssen sich ausgehen. Meiner pfeift aus dem letzten Loch. Äh, 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 äh. Ich brauch einen Stecker. Ich brauch einen Stecker. Der schaut so schön grantig aus, der Typ. Ja. Das hat so einen richtig grantigen Gesichtsausdruck. Weh, so hat jeder die Stecker abgelöst. Nein, meine Achse ist kaputt. Ich brauch doch Stecker. Ich hab 27 Stecker. Ja, wie hier alle Stecker? Ja, wahrscheinlich hast du hier alles abgefahren. Wir sind eigentlich schon mal gestorben. So. Ja, gut. Also, äh. Ja, wie viele brauchst du jetzt? Warte mal, ich mach jetzt zuerst mal Feuer. Hm. Ihr meint das Skelett neben dem Portal. Das ist nur Deko. Wie viele Steine? Drei, glaub ich, brauchst du für den Topf. So, ich hab dir mal... So, Weibel, was kann man denn da alles bauen? Achso. Also, ich baue jetzt mal die Steine. Du musst jetzt mal abgefahren. Du kannst den Topf ohne Kohle nicht bauen, ne? Achso. Achso. Du brauchst noch Kohle dafür. Wirklich Kohle abgefahren. Kohle, da können wir am besten einmal einen extra Wald anpflanzen, der ein bisschen weit ab vom Schuss ist, oder zünden wir den an. Achso, den abrennen. Ich brauch irgendwas zu essen. Ich leg mal hier Holz nach. Könnt ihr dann gleich nochmal Holzfarmen nehmen? Ab den Kompass! Weil das zu Holz ist ja gleich gefahren. Ja, am besten Tannenholz, also am besten Tannen. Denke ich. Ist ja nur ne Kiste. Wer will ein Tallbird? Äh, kreie, kreie. Die Revitolz sind alle zu. Ich glaub, es knallt. Echt? Echt? Wahrscheinlich, ja. Ah, ja. Gibt's euch? Echt? Stöcker! Ja. Was war das? Wie sollen wir jetzt zwei Feuer? Weil ich ein zweites gemacht habe, dass wir Platz haben für, äh, zum Kochen. Hat noch jemand was zu essen? Ja. An electrical do that. Oh, guck mal ein Kackluss. Hat jedenfalls einer 100. Oben ist ne Kiste. Da ist ganz viel Ruhematerial drin, hinten. Wo? Ach da! Bin da drin. gut die kiste 1 heute wollte ich ja jetzt jetzt geschnappt ich habe 14 aufsteht da hinten hat einer ein schild hingestellt da steht penis drauf das war's bestimmt du selber stellten schippen ist auch dann sowas so wie es sei denn aber gleich das Problem das lösen wir jetzt mal eben was ja das wird der Blumen auch irgendwann mal ein Blöder ist ja jetzt ein Wurmlauf um ja ich hätte jetzt gleich gern mal ein paar Stacker und was zu essen das ist ein Elektriker Duda ich baue gerade die Alchemie-Engine dann können wir hier gleich andere Sachen weißt du warum die Löcher zu sind warum weil noch nicht die passende Jahreszeit dafür ist was gibt jetzt Jahreszeitenabhängig das ja frech ja guck mal klick kurz drauf da schickt er The Kingdom of the Bunnyman is closed for this season steht bei mir nicht ja ich geh holzen wer kommt mit ich mach Steine ich mach Steine ich brauch Stöcker, Saplings da haben wir also einen Kochkopf haben wir jetzt noch nicht ne nein es kann ja oh no no oh no 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 und Trainer ist mit dabei ne ich wollte hier hier sind eine Menge Steine ich wollte Steine fahren gehen weil hier ziemlich viele Steine sind hier sind unendlich viele Steine hier ist das gut oder schlecht also wenn einer Steine braucht hier ist ein ganzes Feld wo ist denn hier so ein Tannenwald gut dass ich jetzt zu einem anderen Spiel eingeladen werde äh äh und dann dann zählt das Nachrichten sorry verklickt die Tannenwald ist ein bisschen weiter weg verstehe das ist auch was was ich hasse diese random Spiele hast du wegen Kohle oder? oh jetzt meine Dings kaputt ich darf die Faser nein ich brauch einen Scheiß was gibt's da alles eigentlich wolltest du es nicht essen ich wollt ach verdammt also ich geh mal Holzkaben im Tannenwald ich hab halt nur noch 18 Lebensbeschäden mach Steine, Gold und hier sind keine Sticks wie kannst du mal sein auch Holz essen ich muss Holz essen sogar ah jo ich muss normal essen und Holz kann das wahr sein ich hab hier Flint ohne Ende aber kein einziges Stick haha soll vorkommen mal komm runter zum Tannenwald da sind Sticks ja weil ich hier ein ganzes Feld mit Steinen gefunden habe so was die Klub ja ich bin ich habe als ganz Plan und Sügenommen gì noch mal Es ist mein wie schön dass man nichts bauen kann bei Milchstirm Applaus ja ich hab auch noch recibir Gold Zeug gefunden Ich wusste, dass das wehtun wird. Hier ist überall nur... Ach, hier ist Tannenwald. Ich wollte versuchen, ob es wehtut. Ich glaube, mein Typ ist pervers. Der hat eine Beziehung mit seiner Axt. Ja, der steht auf die Axt. Na, der pervers nicht, aber ich kenne noch jemanden, der auf Äxte steht. Ah. Damina, deine Arbeitskollegin. Was? Was? Die steht doch auf Äxte. Die steht doch auf Äxte. Das ist ein bisschen krank. Da müssen wir doch gleich mal nachfragen. Na, 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 na. Weiß nicht, warum sie das tut, fragt sie. Hätte mir eine Schaufel basteln sollen. Na, 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 na. Ich sammle Gras, weil sonst wäre ich bloß verrückt, weil ich so viel Spinnen gefunden. Also ich bin bisher noch nicht verrückt geworden, das wundert mich eigentlich. Das kommt noch. Ja, ganz bestimmt. Ich habe meinem Körper ein bisschen Schaden zu gefügt, aber sonst ist alles Töfte. Ich habe eine Mikrowelle gehört. So, kann ich hier noch irgendwas bauen? Natürlich nicht. Wer ist denn da bei mir? Jol-Chan. Julia ist dabei. War der Karate übersehen. Ah, singa. Oh, das war das Formel gestartet. Ich darf jetzt kein Holz mehr ernten. Oh, da liegt auch ein Skelett. Ja, da war eben Loot, das habe ich schon eingesammelt. Ich brauche was zu essen. Tja, ich hole hier mal die Boulders. Gucken, was sie dazu sagen. Nein, not the Biene. Not the Biene. Nein. Gold. Ich habe Gold. Ich habe Gold. Ich habe Gold. Bitte. Oh, no, 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 no. Irgendjemand hackt da neben mir. Ich. Ah. No, 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 no. Was jagt's wohl? No, 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 no. Nur ein bisschen. Hat ja was hier Büsche rumrollen. Das ist ja Wahnsinn. Die kannst du ja alles schön einsammeln, ne? Das ist cool. Oh, es wird Nacht. Ja, ich muss auch gleich mal zurück. Ich habe echt Hunger. Ist da in dieser blöden Kiste noch was drin zu essen, oder habt ihr alles geräubert? Ich habe das Ei geklaut. Das habe ich nichts rausgenommen. Und was ist nochmal Stackgröße maximale? Kommt auf die Ressource an. Holz ist zum Beispiel 20. Büsche ist 30 oder 40, glaube ich. Meistens 20. Warum denn? Welche? Was gibt's denn? Ich habe jetzt hier Flint schon 22. Flint hat's mehr. Stein 37. 38. Ich glaube, das war 40 bei denen. Jetzt fehlt auf jeden Fall noch Kohle, ne? Ja, ich habe aber 22. Ich kann natürlich theoretisch mal Rollenverteilung machen, wer was machen soll. Ich mache Holzfällen mit meinem Bibergebiss. Ich mache Steine, Gold, Flint. Ja, ich hole hauptsächlich Essen. Das ist kaputt. Ich habe 22 Peincones zum Anpflanzen. Dann können wir gleich Kohle machen. Ich werde noch ein paar Fallen bauen. Das kann ich gerade. Ich habe gerade keinen Platz. Ich komme mal zurück. Ich habe mein Inventar voll. Wo waren die Fallen? Ja, was können wir jetzt alles schon jetzt herstellen? Ach, kann ich die noch nicht? Muss ich die erst lernen? Oh, ein Rucksack. Eigentlich kann sein, weiß ich nicht. Ach, hier. Ja, jetzt habe ich irgendwie wieder ein bisschen mehr Platz hier. Oh, der auch zeigt. Ich gehe doch mal irgendwo ein Eckchen suchen, wo wir gleich abfackeln können. Dann wird tatsächlich ein bisschen schwierig werden. Ja, ich habe einen Haufen. So, ich kann eine Schaufel bauen. Ich habe mein Inventar voll. Okay, dann war das mal hier hinten. Ich muss mal hier wieder ein bisschen was armen gehen. On my way. So, jetzt habe ich mal ganz viel Stein, Flint. Wo soll ich denn? Da ist alles rein. So links oben habe ich ein bisschen Wald angepflanzt zum abfackeln. Ich glaube, weil da unten im Grüngebiet kann ich ja noch mal pflanzen für nachher Holz. So. Und ich habe einen Haufen Fallen aufgestellt. Tools. Eine Shovels. Okay. Also Kochgedönse haben wir noch nicht, ich habe da gesagt. Nein. Wie weit seid ihr mit Kochgedönse? Ich habe gerade für Kohle angepflanzt, dann dürfte das eigentlich klappen. Okay. Cool. Hat schon jemand die Spinnung? Nee, ich will ja nichts sagen, aber das ist gleich nach. Also wir sollten mal zum Lager zurück. Ich habe ein Spinnennetz. Wir Spinnen müssen auch noch ausräubern. Und ich habe drei Wasser. Damit ich Versteppjahn kriege. Versteppjahn. Also wenn wir spinnen, wollte ich habe welche gefunden. Das ist gut. Können wir nächste Folge mal hier. Der ist doch schon wieder verrückt. Warte, die verrückten Viecher schon wieder verrückt. Ich nicht. Ich wollte mich auch noch in einem Fisch. Ich auch nicht. Also mein Hirn ist noch komplett in Ordnung. Warum? Also so ein bisschen halt. Dann bist du das wahrscheinlich selber. Ich bin nur halbtot. Halbgehirn amputiert. Oh, was ist denn das? Wir brauchen noch mehr Kisten. Da kommt ein Penis rein mit Gesicht. Ja, mache ich gleich Kisten. Von der Seite kam ein Penis mit Gesicht. Okay. Das gibt es doch nicht. Keine Ahnung, was das war. Alles wird gut. Es war ja bei der Idee. Alles wird gut. Vermutlich. Irgendwann mal. Aber aktuell nicht. Gut, ich glaube, ich bin... Also dann, Mina, wir gehen dann gleich hier ein Viecher-Tück. Bin? Ja. Irgendwann muss ich dann meine Blume auspacken und so. Ich muss mir erstmal... Ich muss mir erstmal ein Backpack machen. Hä? Ja, aber der Axt im Backpack nochmal. Die gibt die Idee im Moment. Er war bei Survival. Survival. Wenn der Axt schreit. Kann ich da nämlich mehrere Fallen bauen? Was schreit sie denn? Ich soll Holz fällen gehen unbedingt. Wo ist denn Holz? Ja, neben dem Wald. Da unten ist Baum. Ich habe keine Stöckis mehr. Ich habe keine Stöckis mehr. Backpack. Ah, mir fehlen auch zwei Stöckis. Wir sind aber auch überhaupt keine mehr. Äh. Sind auch keine mehr. Oh, wir haben ja schon... 6... 6... Oh, wir können ja trotzdem... In der linken Kiste oben sind lauter Stein- und Flint-Sachen. Oh Gott, was ist das hier? Okay, ähm, 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 Andrea, wo bist du denn? Ich bin gerade ein bisschen nach Südwesten, glaube ich. Ich rummle gerade ein paar Beeren hier, um... Aber irgendwas stimmt. ...was zu essen zu haben. Dann können wir gleich losgehen. Was stimmt denn hier nicht? Ja, mein, 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 mein Herzdingens blinkt rot. Ähm. Wir sind Schweine. Ich wollte eben was essen, bevor wir losgehen. Wir haben Schweinekönig gefunden. Ich habe es gefunden. Mich? Oh, wir sind am Volk. Muss du... Ach Gott. Stimmt, nur wieder. Dann komm mal mit, Mina. Hast du noch Platz im Inventar? Ich habe nämlich keinen. Ja. Gut, dann komm mal mit. Aber warte, wir können hier die Dinger mal einfangen. Ich brauch' Stöckis. Oh, oh, da gibt's Stöckis raus? Ja. Oft, nicht immer. Gerade jetzt gibt's einen Moment. Aua, oh Biene. Okay, Stöckis. Was ist das denn? Was ist das denn? Komm mit, Mina. Äh, dann wollen wir es erst auf Folge beenden und dann weitermachen, oder? Ja. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.